Charles Fraser, das Turiner Grabtuch, das Sherlock Holmes Ostern-Spezial, Volker 1, gelesen von Andreas Lange Watson, nun werfen Sie doch endlich den sabbernden Köter vom Sofa! Holmes warf mir einen verärgerten Blick zu, den ich aber wie gewohnt ignorierte. Stattdessen streichelte ich lieber meinen neuen vierbeinigen Freund Sausages. Ich gebe zu, die Namenswahl hätte etwas weniger speziell sein können, doch die kleine Emma, Alices Adoptivtochter, hatte ihn aber eben mal so getauft. Vor ca. zwei Wochen lief mir Sausages das erste Mal bei meinem morgendlichen Spaziergang nach. Ich tätschelte ihn freundschaftlich, schenkte ihm jedoch weiter keine Beachtung. Am nächsten Tag gestaltete es sich ähnlich und am dritten Tag saß er bereits vor unserem Haus in der Baker Street und holte mich sozusagen zu meinem Spaziergang ab. Also beschloss ich kurzerhand, dem kleinen süßen Rabauken so lange Obdach zu gewähren, bis ihn jemand als vermisst melden würde. Holmes jedoch wollte keinesfalls so lange warten und beschloss, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Er malte zusammen mit der kleinen Emma vermissten Plakate. Zum Glück hatte er ihr aber versprochen, sie dürfe Sausages auf den Plakaten zeichnen. Vermutlich blieb deshalb auch die Suche nach dem Besitzer bisher erfolglos. Obwohl ich eigentlich kein allzu großer Hundefreund bin, hatte ich den wadenhohen weißen Mischling aber schnell in mein Herz geschlossen. Ebenso erging es Alice und Eddie Miller mitsamt ihren Kindern. Holmes dagegen zeigte sich über den neuen Mitbewohner nur wenig erfreut. Oft genug beschwerte er sich über den Geruch, den Dreck und das ganze Gesabber des Hundes. Darüber hinaus bezeichnete er Sausages häufig auch als Ratte oder Klobürste. Und allmählich fing ich an, seine Beleidigungen meinem neuen Hund gegenüber persönlich zu nehmen. Eigentlich jedoch glaube ich, dass Holmes einfach nur eifersüchtig auf meinen neuen Weggefährten ist. Vielleicht lag es aber schlicht und ergreifend auch nur daran, dass Holmes schon seit längerer Zeit keine neuen Aufträge mehr erhalten hatte. Dementsprechend war seine allgemeine Laune und die er, wie mir schien, nun an mir und meinem neuen vierbeinigen Begleiter ausließ. »Wir könnten es noch mit einer Annonce in der Zeitung versuchen«, sagte Holmes weiter und sah mich dabei an, als wäre dies die Idee des Jahrhunderts. »Ich glaube, wenn sich der ehemalige Besitzer von Sausages bisher nicht gemeldet hat, so wird dies schon seine Gründe haben«, erwiderte ich und streichelte dem Hühnchen dabei zärtlich über das Köpfchen. »Was heißt hier ehemalig, Watson?« »Der Hund wird von mir hier nur vorübergehend geduldet und das auch nur, weil ich ein äußerst angenehmer und toleranter Charakter bin.« Jetzt musste ich aber doch lachen. Dass Holmes sich selbst als geduldigen und angenehmen Charakter bezeichnete, grenzte fast an Zynismus. Verärgert schnaubte er weiter. »Der Hund muss weg und zwar zügig. Laut unserem Mietvertrag übrigens werden auch gar keine Haustiere hier geduldet. Ach, das veraltete Ding, das stammt doch noch aus der Feder der guten alten Mrs. Hudson. Gott habe sie selig und gehört doch längst überarbeitet. Außerdem bin ich mir sicher, Alice hat nichts dagegen, wenn der kleine Sausages bleibt.« Alice, die Nichte der verstorbenen Mrs. Hudson, war unsere neue Vermieterin. Und nicht nur das, sie war Holmes und mir stets eine gute Freundin. Und zusammen mit ihrem Mann Eddie und den adoptierten Kindern, Emma, Patrick und Mary, war sie inzwischen so etwas wie unsere Familie. Doch des lieben Friedenswillens, fragte ich Holmes, »Hätten Sie vielleicht Lust, Sausages und mich auf einem kleinen Spaziergang zu begleiten, Holmes?« »Ich denke, ein bisschen frische Luft und ein wenig die Beine vertreten tut uns sicher beiden gut.« Doch Holmes schnaubte nur, »Danke, nein, ich bevorzuge die stickige Luft hier drinnen.« Ich zuckte mit den Schultern und erhob mich etwas umständlich vom Sofa. Denn mein Knie machte mir wieder zu schaffen, vor allem, wenn ich längere Zeit saß. Auch die Hüfte und mein Rücken meinten es nicht mehr allzu gut mit mir, aber so war das halt mit dem Alter. Sausages sprang ebenfalls vom Sofa, was von Holmes mit einem stummen Nicken quittiert wurde. Schwanzwedelnd stand er voller Vorfreude vor mir. Ich beugte mich zu ihm hinunter und tätschelte wieder sein Köpfchen. »Ja, du bist doch ein guter Junge. Ein guter Junge bist du. Gehen das Hündchen und ich jetzt ein bisschen Gassi? Na, was sagst du?« »Ich bitte Sie, Watson, hören Sie doch auf, mit der Töle zu sprechen, als wäre er ein Kleinkind. Das ist ja kaum zu ertragen.« »Hör nicht auf den bösen Holmes«, sagte ich nur und tätschelte Sausages weiter. »Bist ein ganz feines Hundchen und keine Töle. Nein, wir lassen den alten Miesepeter jetzt alleine und gehen schön Gassi-Gassi.« Ich hatte wieder eine Aufgabe und einen Freund, der zu mir und an meine Seite gehörte. Ich genoss die ersten warmen Sonnenstrahlen, die langsam der Frühling mit sich brachte. In wenigen Tagen war Ostern und ich überlegte, womit ich Alices Kindern eine Freude bereiten könnte. Ob Holmes wohl beim Ostereierfärben mitmachen würde? Vielleicht könnte ich ihm die Idee ja als irgendein chemisches Experiment unterjubeln. Ich sollte mal mit Alice darüber sprechen. Ich war also ganz in Gedanken versunken, als ich schließlich wieder die Baker Street 221 B erreichte und einen Mann beobachtete, der seiner Kleidung nachzuurteilen ein Priester sein musste und der unsere Adresse mit dem Brief, den er in der Hand hielt, verglich. Mein Herz schlug schneller. Hoffentlich war der Mann nicht wegen Sausages gekommen. War das etwa sein Besitzer, der sich freute, endlich sein kleines Hündchen wieder in die Arme schließen zu können? Ich beobachtete Sausages, der im Moment nur Augen für den Busch an der Seite der Straße hatte und diesen ausgiebig beschnüffelte, ehe er sein Beinchen hob und seine Duftnote hinterließ. Ich beschloss, auf den Mann zuzugehen und ihn anzusprechen. Entschuldigen Sie, kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen? Dabei beobachtete ich den Priester genau, wie er auf Sausages reagieren würde, doch zu meiner Erleichterung schenkte er dem Hund überhaupt keine Beachtung. Der Priester musterte mich ebenfalls für einen kurzen Augenblick und sagte dann, »Ich suche die Baker Street, 221 B. Hier an der Hauswand steht aber nur 221. Wissen Sie, ob ich hier richtig bin?« Ich lächelte und nickte. »Ja, das sind Sie. Ich wohne hier in der 221 B. Zu wem wollen Sie denn, wenn ich fragen darf?« »Dann sind Sie Sherlock Holmes?« »Oh, es ist mir eine Ehre, Mr. Holmes.« »Nein, nein«, unterbrach ich den Mann. »Ich bin sein Mitbewohner, Dr. Watson.« »Bitte kommen Sie doch mit mir. Ich bringe Sie zu Mr. Holmes.« Dankend folgte mir der Mann. Ich hoffte, dass sich Holmes' Laune zwischenzeitlich etwas gebessert hatte. Gleichzeitig überlegte ich, was der Priester wohl von Holmes wollte. Vielleicht ein neuer Fall? Wahrscheinlich wurde eine Kerze von einem Grab entwendet. Oje, Holmes würde ausflippen. Als ich zusammen mit dem Priester unsere Wohnung betrat, fand es Holmes nicht einmal der Mühe wert, aufzublicken. Stattdessen schimpfte er direkt los. »Sind Sie schon wieder hier?« »Sie hätten Ihren Spaziergang gerne länger genießen dürfen.« Ich räusperte mich einmal laut, was Holmes dann doch noch dazu brachte, von seiner Lektüre aufzublicken. »Und wer sind Sie?« fragte er in unfreundlichem Ton, wohl in der Annahme, dass es sich hier nur um einen weiteren, langweiligen, nicht Holmeswürdigen Fall handeln konnte. Der Priester trat einen Schritt hervor und streckte Holmes grüßend die Hand entgegen. »Guten Tag, ich bin Pater Stefan, erster Sekretär des Dekan von Westminster. Ich bin von ihm beauftragt worden, Ihnen dieses äußerst dringliche Schreiben persönlich zu überbringen.« Und erreichte Holmes den Umschlag. Erwartungsvoll nahm dieser den Brief entgegen und öffnete ihn sofort, ohne mit der sonst üblichen peniblen Prüfung. Nach wenigen Zeilen schnellten Holmes Augenbrauen nach oben, was ein untrügliches Zeichen dafür war, dass Holmes den Inhalt höchst interessant befand. »Der Brief stammt von Maurilio Fassati persönlich?«, fragte Holmes. »Maurilio wer?«, fragte ich ahnungslos. Doch noch ehe Pater Stefan antworten konnte, hatte Holmes schon zu einem seiner bissigen Kommentare angesetzt. »Wenn Sie nicht die ganze Zeit mit diesem sabbernden Schoßhündchen verbringen würden und Ihre Nase stattdessen öfters mal in die Zeitung steckten, lieber Watson, so würden Sie wissen, dass es sich bei Maurilio Fassati um den erst im März durch Papst Pius XI. neu ernannten Kardinal von St. Marcello handeln würde.« »Aha«, sagte ich emotionslos, »und dieser Kardinal soll wo beheimatet sein?« »In der Kathedrale von Turin, dem Duemo di San Giovanni«, brachte Holmes seinen Wissensstand zum Besten. »Sehr beeindruckend, Sir«, sagte Pater Stefan anerkennend. »Sind Sie vom Inhalt dieses prekären Schreibens im Bilde?«, fragte Holmes den Pater. Dieser schüttelte den Kopf. »Nein, das bin ich nicht. Lediglich, dass der Brief vom ehrwürdigen Kardinal Fassati stammt, ist mir bekannt.« »Dann danke ich Ihnen für die Überbringung. Richten Sie doch bitte Ihrem Dekan aus, wir werden uns selbstverständlich darum kümmern.« Pater Stefan verabschiedete sich mit einer angedeuteten Verbeugung und einem Kreuzzeichen. Als er die Türe hinter sich schloss, fragte ich Holmes. »Wir? Aber selbstverständlich, Watson. Oder wollen Sie mich die Reise nach Turin etwa alleine antreten lassen?« »Turin? Italien?«, fragte ich fassungslos. »Glauben Sie nicht, dass Sie mich vielleicht zuerst einmal fragen sollten?« »Lieber Dr. Watson, würden Sie mit mir zusammen nach Turin fahren, um unseren neuen Fall zu lösen?«, fragte Holmes zerknirscht. »Nein, das tue ich nicht,« gab ich mit fester Stimme zurück. »Es ist wegen dem Köter, nicht wahr?«, erwiderte Holmes genervt. »Ja, vielleicht«, gab ich etwas beleidigt zurück. »Wer soll sich denn in meiner Abwesenheit um den armen kleinen Sausages kümmern?« »Alice, die Kinder, vielleicht wird er aber auch endlich von seinem wahren Besitzer abgeholt, dann hat es sich eh ein für alle Male ausgekümmert.« Holmes zuckte mit den Schultern. »Wer weiß das schon?« »Das könnte Ihnen so passen,« sagte ich leicht gereizt. »Es wird einen Grund haben, weshalb Sausages von zu Hause ausgerissen ist und nun da ist, wo er ist, nämlich hier bei mir.« »Aber, mein lieber Watson,« versuchte es Holmes dieses Mal eine Spur versöhnlicher, »bei Alice und den Kindern wird es ihm doch an nichts fehlen. Vielleicht vermisst er aber auch sein Herrchen und ist die ganze Zeit traurig.« »So viel geheucheltes Mitgefühl für meinen Hund?« »Holmes, sie sind erbärmlich. Und das alles nur, damit ich sie begleite.« In diesem Moment kam Alice zur Tür herein. Sofort hob sie beschwichtigend die Hände. »Leise, alle beide«, sagte sie bestimmt. »Euch zwei Streithähne hört man ja schon durch das ganze Treppenhaus.« »Und um was geht es diesmal?«, fragte sie leicht genervt und warf dabei Sausages einen wissenden Blick zu. »Und was wollte eigentlich dieser Priester von Ihnen, der soeben das Haus verlassen hat?« »Wir haben einen neuen Auftrag,« teilte ihr Holmes freudig mit. »Watson und ich reisen nach Turin.« »Tun wir nicht,« erwiderte ich eigensinnig. »Ich zumindest nicht.« »Turin? In Ihrem Alter?« »Aber so eine Reise ist doch viel zu beschwerlich für Sie, und zwar für Sie beide«, sagte Alice überzeugt. »Meine liebe Alice, Sie wissen ja überhaupt nicht, wie viele und auch teils beschwerliche Reisen Watson und ich schon unternommen haben. Damit verglichen ist so eine Fahrt nach Turin ein Katzensprung für uns,« brüstete sich Holmes. »Dann komme ich mit Ihnen,« sagte Alice unerwartet. »Nein, das tun Sie nicht, Alice. Erstens wollen wir nicht mit weiteren fünf geretteten Kindern, drei Hunden und sechs Katzen, ja, und vielleicht auch noch mit einer neuen zweiten Haushaltshilfe heimkommen. Und zweitens, wer soll sich denn sonst um den armen Sausages kümmern, wenn Sie mit uns reisen? Nein, nein, Sie bleiben schön hier.« Alice dachte kurz darüber nach. »Ich befürchte, Sie haben recht, Holmes. Ich kann meine Kinder und natürlich allen voran Eddie«, dabei zwinkerte sie uns verschwörerisch zu, »nicht so lange alleine lassen. Gott allein weiß, was ihm noch alles so einfällt.« Holmes atmete erleichtert auf. »Das ist sehr weise von Ihnen, Alice.« »Ach, tun Sie doch nicht so. Sie freuen sich doch eigentlich darüber, dass ich nicht mitkomme und Sie beide unter die Fuchtel nehmen kann.« Dabei kniff sie Holmes freundschaftlich in die Seite. »Aber Sie, lieber Dr. Watson, bitte überlegen Sie es sich noch einmal. Begleiten Sie doch bitte Holmes nach Turin, und wenn Sie es auch nur mir zuliebe tun.« Dabei sah sie mir mit ihrem »keiner kann Alice was abschlagen« Blick tief in die Augen. Ich seufzte einmal tief durch. »Um was geht es eigentlich in diesem mysteriösen neuen Fall, dem Sie so voller Vorfreude entgegenfiebern?« »Der ehrwürdige Kardinal Fassati hat sich wohl an das damalige Attentat auf die Konklave, das wir verhindern konnten, erinnert. Deshalb werden wir wohl jetzt von ihm beauftragt, das verschwundene Grabtuch wiederzufinden.« »Sie meinen, das berühmte Turiner Grabtuch?«, fragte ich mittlerweile doch etwas aufgeregt. »Genau das. Und es versteht sich von selbst, dass dies die allerhöchste Diskretion von uns, aber auch von Ihnen, liebe Alice, fordert. Noch ist der breiten Öffentlichkeit nämlich nicht bekannt, dass das Tuch entwendet wurde.« »Was genau hat es denn damit auf sich?«, fragte Alice. »Das Turiner Grabtuch wird ja bekanntermaßen als das Grabtuch von Jesus Christus angesehen. Es wird in der Grabtuchkapelle des Turiner Doms seit Ende des 17. Jahrhunderts aufbewahrt. Es ist aus Leinen, knapp viereinhalb Meter lang und gut einen Meter breit. Auf der Vorder- und Rückseite zeigt das Tuch das Abbild eines Menschen und soll angeblich das Gesicht des Jesus von Nazareth zeigen,«, erklärte uns Holmes. »Soll oder ist es tatsächlich das Gesicht von Jesus?«, fragte Alice. »Ganz klar soll,«, antwortete ihr Holmes. »Die erste schriftliche Quelle, in der das Tuch erwähnt wurde, reicht bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts zurück. Bereits 1389 schrieb der Bischof von Troyes einen Beschwerdebrief an Papst Clemens VII., in dem er der Kirche fälschliches und betrügerisches Handeln, getrieben von Habgier, vorwirft. Er prangerte darin an, dass das Tuch von einem geschickten Künstler arglistig gemalt worden sein soll, und das mit vollem Wissen der Kirche. Daraufhin befahl Papst Clemens dem Bischof unter Androhung der Exkommunion, Stillschweigen über seine Ansichten betreffend des Grabtuchs zu halten. Alice stieß einen leisen Pfiff aus. »Alle Achtung! Sie zweifeln die Echtheit des Tuches ebenfalls an?«, fragte ich Holmes. »Watson, Sie wissen, dass ich kein allzu großer Verfechter religiöser Ansichten und Bräuche bin. Ich habe das Tuch nie persönlich gesehen oder es analysieren können. Und auch die Kirche selbst stuf das Grabtuch nicht als Reliquie, sondern lediglich als Ikone ein. Somit wird es als existenzielle Verbindung zum Dargestellten betrachtet. Wenn Sie mich fragen, ich halte das für absoluten Humbug. Vielleicht bin ich aber auch einfach nicht gläubig genug. Wie sieht es denn bei Ihnen damit aus, Watson? Für mich ist es äußerst schwer vorstellbar, dass die Kirche einen solchen Schwindel akzeptieren beziehungsweise selbst dafür verantwortlich sein soll. Das ist Ihre Meinung und steht Ihnen außer Frage zu. Ungeachtet dessen schlage ich vor, wir machen uns so schnell wie möglich auf die Suche nach dem Grabtuch. Vielleicht können wir zwei unbedeutende Englishmen, ja etwas Licht in die ganze italienische, womöglich intrigante Kirchengesellschaft bringen. Damit stand ich also nun vor der großen Aufgabe, einen Koffer für mich alten Herren zu packen. Wehmütig erinnerte ich mich an früher, als ich für solch ein Vorhaben nicht länger als ein paar Minuten brauchte. Doch heutzutage musste genau überlegt werden, welche Salben gegen Gelenkschmerzen und Pillen für sämtliche Arten von möglichen Wehwehchen mitzunehmen sind. Natürlich stand eine Ingwerwurzel ganz oben auf meiner Packliste. Ich hatte dieser schließlich auf unserer letzten Reise mein Wohlbefinden zu verdanken. Dann musste ich noch daran denken, Alice noch einen genauen Plan für Sausages aufzuschreiben. Was, wann und wie viel er zu fressen bekommen sollte und so weiter. Ach, mein armes kleines Hündchen. Aber auch ich, wie sollte ich es nur schaffen, so lange ohne ihn auszukommen? Wehmütig kraulte ich den kleinen Kerl. Am nächsten Morgen wartete Holmes schon zusammen mit Alice am Auto, um uns zum Bahnhof zu bringen. Ich hörte Holmes schon von weitem schimpfen, dass wir unsere Bahn noch verpassen würden, wenn ich weiter so trödeln würde. Doch ich schleppte weiter vorsichtig meine vollbepackte Reisetasche die Treppen hinunter. Watson, wo bleiben Sie denn so lange? Die Bahn wird sicher nicht auf uns warten, tadelte mich Holmes. Alice wollte mir mit meiner schweren Tasche behilflich sein, doch ich wehrte ab und packte die Tasche neben mich auf die Rückbank des Autos. Was um alles in der Welt haben Sie denn da eingepackt, Watson? Holmes schüttelte unverständlich den Kopf. Sie werden mir noch dankbar sein, wenn Sie wieder irgendein Leiden plagt und ich das passende Mittel dagegen parat habe. Sehr löblich, Doktor, pflichtete Alice mir bei. Holmes dagegen zog scharf die Luft ein, verkniff sich aber eine Antwort. Unsere Reise begann ganz unspektakulär. Wir nahmen die Bahn über Canterbury nach Dover, dann bestiegen wir die Fähre nach Calais, um anschließend die Bahn nach Paris zu nutzen. Von dort würden wir dann mit dem Orient-Express weiter nach Turin reisen. Was finden Sie denn bitte so unglaublich amüsant, dass Sie schon seit geraumer Zeit ständig lächeln? fragte mich Holmes schließlich direkt, als wir uns in der Bahn Richtung Paris befanden. Sie? gab ich meinem Freund unverhohlen zur Antwort. Mich? fragte mich Holmes skeptisch. Weshalb das denn? Weil Sie als großer Meisterdirektiv mir diesmal nicht auf die Schliche gekommen sind. Holmes verstand kein Wort. Deshalb befand ich, dass es nun an der Zeit wäre, dem Geheimnis ein Ende zu bereiten und meinen armen kleinen Sausages endlich zu befreien. Ich hatte zwischenzeitlich natürlich immer heimlich dafür gesorgt, dass er sich immer wieder mal die Beine vertreten konnte, also griff ich voller Vorfreude nach meiner Reisetasche und öffnete sie. Mit einem leisen, erleichternden Wuff sprang mein treuer Freund heraus und wedelte fröhlich mit seinem Schwänzchen. Das darf doch nicht wahr sein, stöhnte Holmes im gleichen Moment laut auf. Und natürlich ist es jetzt schon viel zu spät, sie beide wieder nach Hause zu schicken. Ich nickte zustimmend. Wie haben Sie sich das bloß vorgestellt, Watson? wettete Holmes weiter. Soll der Hund den ganzen Tag alleine im Hotel sitzen? Oder wollen Sie ihn etwa in den ehrwürdigen Dom mitnehmen und am Altar vorbei Gassi führen? Zum Glück öffnete sich just in diesem Moment die Türe unseres Zugabteils und eine Dame mittleren Alters streckte ihren Kopf herein. Oh, entschuldigen Sie bitte. Ich habe nicht gewusst, dass dieses Abteil bereits besetzt ist. Ich nahm die Gelegenheit beim Schopfe und sagte zu ihr. Aber, Madam, ich bitte Sie, wir haben genug Platz hier. Sie können sich gerne zu uns setzen. Holmes rollte mit seinen Augen, aber wenigstens hörte nun endlich seine Schimpftirade auf. Oh, das ist aber ein süßes Hündchen, das Sie da haben, sagte die Frau, während sie ihren Rock in Form zupfte. Dann warf sie noch einen Blick in ihre Handtasche, stellte diese neben sich ab und schenkte mir dabei ein bezauberndes Lächeln. Darf ich ihn einmal streicheln? fragte sie. Aber selbstverständlich, er beißt auch nicht, antwortete ich geschmeichelt. Sie tätschelte Sausages zärtlich das Köpfchen. Ich bin ein echter Tierfreund, müssen Sie wissen, und mir gefallen besonders Männer, die ebenso ein Herz für Tiere haben, flüsterte sie leise und brückte dabei ein Stückchen näher an mich heran. Flirtete die Dame da gerade mit mir? Ich wurde leicht verlegen und lächelte zurück. Holmes saß uns gegenüber, zurückgelehnt und mit verschränkten Armen und beobachtete uns beide unverhohlen. Einige Minuten war es ganz still im Abteil und Sausages sprang zu mir auf den Schoß. Es dauerte nicht lange und die Dame begann erneut, meinen Hund zu streicheln. Dabei legte sie, wie selbstverständlich, ihre Hand auf meinen Schoß. Nun wurde mir die Situation doch allmählich unangenehm. Das Verhalten der Frau war mir nun doch ein wenig zu aufdringlich. Trotzdem fühlte ich mich irgendwie geehrt, denn es war schon lange Zeit her, dass eine Dame so offensiv mit mir flirtete. Es klopfte an der Abteiltür und der Schaffner trat herein. Guten Tag zusammen, Ihre Fahrkarten bitte? Holmes, der unsere Fahrkarten hatte, reichte sie ihm sofort. Die Frau dagegen durchwühlte umständlich ihre Tasche, bis sie ihren Fahrschein endlich fand. Der Schaffner kontrollierte alles auf seine Richtigkeit und gab uns die Fahrkarten zurück. Dann wandte er sich an mich. Haben Sie für Ihren Hund ein Transportdokument? Ich verneinte. Oh, das tut mir sehr leid, aber an sowas habe ich gar nicht gedacht und ärgerte mich über mich selbst. Die Gebühr für das Dokument können wir doch sicher auch bei Ihnen begleichen, half mir Holmes aus der Patsche und zückte seine Geldbörse. Der Schaffner wurde freundlicher. Selbstverständlich, Sir, jedoch muss ich Sie darauf hinweisen, dass für kleine Hunde eine Transportbox oder ein Körbchen zur Verfügung stehen muss. Führen Sie ein solches mit? Holmes sah mich scharf an. Schnell sagte ich, meine Tasche, guter Mann, mein Hund hat in der Reisetasche Platz. Holmes, wären Sie bitte so freundlich? Ich konnte sehen, dass mein Freund langsam aber sicher die Geduld verlor. Schroff schob er mir meine Tasche zu, während Sausages plötzlich von meinem Schoß sprang. Meine Verehrerin zuckte zusammen und ihre Handtasche fiel zu Boden. Ich machte einen Schritt nach vorn, um zu helfen, trat dabei aber leider auf das Pfötchen von Sausages, der daraufhin ein schmerzerfülltes Jaulen von sich gab. Holmes hob das Hündchen hoch und sofort war ich bei ihm und untersuchte seine Pfote, während die Frau ihn streichelte. Nichts passiert, mein Guter, stellte ich fest, woraufhin mir Holmes den Hund wieder übergab. Ihr Hund macht jetzt schon nichts als Ärger, stellte er grimmig fest. Dann ist ja alles wieder gut. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Reise, sagte der Schaffner, den wir in dem Tumult fast vergessen hätten. Um mich wieder zu fangen, atmete ich erst einmal tief durch. Unsere Mitfahrerin kam schneller zur Ruhe, denn kaum war der Schaffner verschwunden, lag auch schon wieder ihre Hand auf meinem Schenkel. Ich verkrampfte mich nun zusehends, denn sie begann auch noch zärtlich mein Bein dabei zu streicheln. Ich saß stocksteif da und suchte um Hilfe bittend Holmes' Blick. Er hingegen wirkte ziemlich entspannt und verfolgte sichtlich amüsiert das ihm dargebotene Schauspiel. Nun wanderte die Hand meiner Sitznachbarin auch noch immer weiter nach oben und ich konnte sehen, wie Holmes um die gleiche Kontenanz rang wie ich. Mir wurde ganz heiß und mein Gesicht war sicher puterrot. Wir sind am Ziel, sagte Holmes plötzlich, doch die Dame machte immer noch keine Anstalten, ihre Hand von meinem Schoß zu nehmen. So erhob ich mich hastig und murmelte irgendeine Entschuldigung. Ich habe Ihnen noch nicht einmal meinen Namen verraten, säuselte mir die Frau ins Ohr. Ich heiße Camilla und würde mich sehr freuen, wenn wir uns bald wiedersehen würden. Sie nahm ihre Handtasche und kramte darin. Einen Moment noch, ich gebe Ihnen noch meine Adresse, vielleicht haben Sie ja mal Lust, mich zu besuchen. Nicht nötig, werte ich ab und Holmes sagte im süffisanten Ton, wenn es das Schicksal will, dann werden Sie sich beide schon wiedersehen. Einen Einwand erwartend stand ich da, als sie plötzlich schrill rief. Hilfe, ich bin beraubt worden. Sie wurde leichenblass im Gesicht und fing an zu stottern. Meine Geldbörse, jemand hat mir mein Portemonnaie gestohlen, es ist weg. Beruhigen Sie sich erst einmal, beschwichtigte sie Holmes. Wahrscheinlich ist Ihnen die Börse vorhin bei dem Zwischenfall mit dem Hund aus der Tasche gefallen. Und so begannen wir zu dritt, den Fußboden abzusuchen. Wir durchforsteten auch sämtliche Ritzen der Sitzplätze, doch die Börse blieb verschwunden. Sind Sie vollkommen sicher, dass Sie sie überhaupt bei sich trugen? hackte Holmes nach. Zu 100 Prozent, kam die Antwort der Dame. Ich habe mein Portemonnaie nämlich noch gesehen, als mir die Tasche runtergefallen ist. Ich steckte es zurück in meine Handtasche und stellte diese dann wieder neben mich. Dann gibt es nur eine Erklärung, sagte Holmes. Und die wäre? Die Börse kann doch nicht so einfach von alleine verschwinden, sagte die Frau. Sie sagen es, gab Holmes zurück. Deshalb kommt auch nur ein Täter oder nennen wir ihn besser Dieb in Frage. Es war der Schaffner. Der Schaffner? riefen die Frau und ich wie aus einem Munde. Aber als Schaffner ist man doch eine vertrauenswürdige Person, sagte ich überzeugt. Glauben Sie wirklich, Holmes, Sie verdächtigen den Richtigen? Das steht doch jetzt hier gar nicht zur Debatte, antwortete Holmes streng. Und man braucht auch kein Meisterdetektiv zu sein, um eins und eins zusammenzählen zu können. Wenn Sie die Geldbörse nicht genommen haben und ich sie auch nicht habe, kann nur der Schaffner als Täter in Frage kommen. Also los, Watson, nehmen Sie Ihre Tasche. Madam, bitte kommen Sie. Wir sollten schnell aussteigen und den Schaffner zur Rede stellen. Hastig setzte ich Sausages in meine Reisetasche und versuchte hinter Holmes her, diese etwas umständlich aus dem Zug zu buxieren. Wir liefen einige Schritte am Bahnsteig zurück, um den Schaffner auf keinen Fall zu verpassen, sobald er den Zug verließ. Doch zu unserem Glück war hier die Endstation des Zuges. So dauerte es auch nur wenige Minuten, bis der Schaffner den letzten Waggon verließ. Holmes nahm die Verfolgung auf und tastete ihm schnellen Schrittes nach. Als er etwa auf gleicher Höhe mit dem Dieb war, stellte er dem Mann mit seinem Gehstock gewissermaßen ein Bein. Überrascht fiel dieser übersichtlich unerwartet der Länge nach hin. Camilla und ich eilten zu den beiden hinüber. Holmes half dem Mann wieder auf die Füße und entschuldigte sich gefühlte 100 Mal, während er mit seinen Händen den Staub aus der Uniform des Mannes klopfte. Ein gekonnter Griff von Holmes in die Brusttasche des Schaffners brachte schließlich ein rosafarbenes Portemonnaie mit den Initialen CSP zutage. Holmes hielt es dem Dieb vor die Nase und fragte, Ist das Ihres oder haben Sie das aus der Tasche der Lady aus unserem Abteil entwendet? Der Mann war zu perplex, um Holmes Rede und Antwort zu stehen. So übergaben wir schlussendlich den Dieb der Bahnhofspolizei. Camilla drückte Holmes und mir zum Dank noch ein Küsschen auf die Wange und steckte mir zuletzt doch noch ihre Adresse in die Manteltasche. Als sie sich winkend von uns verabschiedete, stieß sich Holmes kameradschaftlich in die Rippen und sagte, Ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass mein Küsschen von ihr um einiges länger gedauert hat als Ihres? Ja, das habe ich wohl bemerkt, stimmte Holmes mir zu. Und nach einer Weile sagte er, Ich habe aber an Camilla noch viel mehr bemerkt. Sie etwa nicht? Nun, sie war ein bisschen sehr anzüglich. Das ist eigentlich nicht so mein Stil. Ansonsten könnte ich aber nicht sagen, was mir aufgefallen wäre. Gut, sagte Holmes und ging weiter. Nein, nein, mein Lieber, sagte ich und hastete ihm nach. Sie lassen mich mit Ihrem schlichten Gut, jetzt hier nicht so einfach stehen. Sie sagen mir sofort, was Ihnen an Camilla aufgefallen ist. Holmes blieb stehen und wandte sich mir zu. Ich wette mit Ihnen, diese Camilla war früher mal ein Konstantin. Ich musste die Worte erst kurz auf mich wirken lassen und fragte dann entrüstet. Sie behaupten also, Camilla ist eine Art Mogelpackung? Ja, das glaube ich, Watson. Ist Ihnen denn gar nicht der stark ausgeprägte Killkopf aufgefallen? Und hätten Sie der Dame einmal tiefer in die Augen geschaut und nicht immer nur beschämt zu Boden hingeguckt, wäre auch Ihnen wahrscheinlich der glatt rasierte Oberlippenbartwuchs aufgefallen. Doch auch die Waden der Dame waren sehr verräterisch, genauso wie ihre großen Hände und die breiten Schultern. Ach, da fällt einem so viel auf, wenn man denn einmal genauer hinsieht. Sie meinen also, genauso sollten wir es bei der Suche nach unserem Grabtuch handhaben? fragte ich. Ganz genau, Watson. Dann werden wir sehen, ob es sich dabei auch um eine Mogelpackung handelt.